Oh, schon ein Zugangspunkt. Und die ist fast ab. Wieso bekommt ich immer diese Affak-Packner? Die immer nicht sterben. Oh, jetzt schon. Ich bin verarscht mit. Jetzt sterben sie wieder. Ja, ach so. Das reicht aber langsam. Ach, Makoto. Oh, jetzt überleben sie es wieder. Die Spiel wechselt die ganze hin und her. Ja. Ja klar, du bist natürlich jetzt wieder... ...hat sich natürlich wieder erholt. Ja, das ist nicht klar. Ja, Leck ist da übermarscht. Stirb. Ja. Ja, falsch. Ja. 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 Witz ja, ich verarschen. Das war's ja schon mit der Ebene. Ja. 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 Ich hab' immer mehr. Warum? Die ist an dem... an dem Ort? Ich hab' auch mal durch. WAH! WAH! Kuck. Ach so. Das kann ich im Ernst sein. Das geht nicht. Das ist niemals real. Was ist das denn? Was ist das? Weißt du, dafür muss ich jetzt auch mal Schaden kassieren. So dumm, wirklich. Was ist das? Dankeschön. Ich hatte gerade das übelste Glück. Ich habe einfach daneben geschlagen und der hat zu viel Angst bekommen und es hat sich umgedreht. Ey, warum werden meine Spells immer wieder schwächer? Haben wir irgendeine Persona mit Feuer auf alle, das wäre natürlich wirklich geil. Ja, Eichschaden noch mal habe ich. Und Elektroschaden. Wir können Elektroschaden probieren. Und Schaden soll es ja werden. Und Schaden soll es ja werden. Ja, Eichschaden. Irgendwas stimmt nicht. Da ist ein Feind. Käfer, das hat sich jetzt gelohnt, ne? Dine M Ich habe das letzte Doppel, denn ich weiß nicht, was ich? There are three enemies left! Two more enemies! That was a great battle! Everybody please, regroup! This combi came to dritt. What's going on then? Cool! The strong presence is on the 59th Ebene. Is it good with you? Don't do it. You're a 59th lady, until the 59th Ebene is still a while. Please defeat whatever enemies you encounter. I found a shadow. I'm entering into battle. You're even golden! You have to do it, you're getting golden. Watch out! There are four enemies! High Pixie! Yeah, of course, that was going on. Wow! Another enemy defeated! Asama! Wow! Another enemy defeated! One left! Asama! The enemy's gone! Great job, guys! Nothing! We ahead of now, we won't be able to die. Nothing, Asama Did you last Pap外 But it's just Das ist riesig, wie hoch ist er eigentlich? 234 Stockwerke. Ich weiß es jetzt wenigstens. Ich bin wundervend für das. Okay, now! Only one enemy left! We did it! There are three enemies! Be careful! Two more enemies! The enemy's gone! Great job, guys! The enemy's gone! Damn, they've caught me! Everybody, please, recruit! Ugh, this is so annoying! Sorry, I have to fight! The enemy's gone! You're still on the 59th, right? No, of course not! Follow the powers! Hmm. Fine! An attack! There are three of them! Akihiko Senpai is in trouble! Yukari-chan! Yukari-chan is seriously hurt! Begun! Begun! Don't leave the job unfinished! Begun! Now's your chance! Such persistence! The enemy's returned to normal! The enemy! There are three enemies left! Two more enemies! Please! Please hit! Defeated! Tell us, please! Yukari-chan is seriously hurt! Begun! Don't leave the job unfinished! Hold in my command! My command! LORD cho- directive The shadows are getting stronger on this weapon valuation so mir ist nicht nur eine Pulse, ich habe eine Neutic Ne, Blitz war die Schwäche. 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 Ich glaube an dich, viel Glück. Danke. Er ist mit Feuer. Oh, schade. Wie du uns auch noch zeigen musst. So, guck du vollidiot. Wir benutzen selber Blitz. Erwin. Ja, Blitz sollte man auch nicht nutzen. Oh. Und das kontert er. Eis. Eis-Lubz-Lit auch. Ich glaube, das nützt dann seine Schwäche, oder? Nein. Aber Windpunkten sollten wir dann nicht. Ach, das kontert er ja. Aber das heißt, die kann er gar nicht machen. Oh, scheiße. Ne, und er heilt sich auch noch. Das kann doch nicht wahr sein. Es wird sich確chend. BefLE�. Junge-Kun, was da ist? Das ist nicht so. Ich kann es nicht so. Ich bitte sie nicht. Ich frage mich also. Ja, ich weiß nicht, dass ich auch noch Ja, der Start. Er hat 0R-Ding reinnehmen, so ein Akihiko, aber er war jetzt schon fast tot. Und auch er schon... Ach Leute! Ey, jetzt hört doch mal auf! Jetzt treff doch den Bastard! Oh, er hat schon genug Leben. Ja, okay, mach ruhig. Mach keinen Schaden. Also nicht so viel Schaden. Schaden frei. Schaden frei. Schaden frei. Ja, gut. Wurte eigentlich nichts bringt. Obwohl, jetzt kann er nicht ausweichen. Also das bringt's theoretisch nicht mehr. Was ist das? Boah! Weil wir das nicht reinnehmen wollen. Wurde eigentlich nicht mehr. Ah, scheiße. Ich habe es gewusst. Ey, das ist wirklich alles nur wegen Junpei. Weil der schmacht dagegen ist. Dabei hat er doch Feuer, warum nicht er dann schmacht gegen Wind. Das sollte doch eigentlich nur sein, wenn er Eis hat. Äh, blitz. Ich kann schon gar nicht mehr reden, Mann. Ja, dann lock mal den Angriff am besten ab. Weil nicht, dass sich das wieder passiert. Du kannst halt auch nicht mehr machen, ja? Du kannst nur halt heilen. Nimm es als nächstes Ganze sicher nicht. Aber wenn ich mich jetzt blocke, dann... Äh, wenn er jetzt Wind auf ihn einsetzt, wird er nicht umfallen. Weil er ja blockt. Deswegen lacht ich ihm auch block. Oh, okay. Ich hatte wirklich Hoffnungen gerade, ne? Dass es dann jetzt der Angriff fallen würde. Aber nein, er weicht natürlich aus. Was? Was? Also... Ich glaube, wir machen wir im nächsten Mal weiter bei Persona 3 und ciao. Auch mal. Bis zum nächsten Mal.